Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Abend und möchte es nicht versäumen, mich zu Beginn dieses Videos mal bei euch zu bedanken. Für die vielen Kommentare, für die vielen netten Kommentare, für viele Daumen hoch, für euer Interesse im Allgemeinen und ja, für alles dafür, ja, dass ihr so gut und fleißig teilhabt an meinen Gedanken. Herzlichen Dank. Ja, Friedrich Merz ist also der neue Parteivorsitzende oder soll es werden, ob er es ist oder werden soll, das ist mir eigentlich völlig egal. Ich nehme an, euch ist es auch egal, das geht sowieso alles weiter, was wir an diesem Foto nur bemerkenswert finden und das wollen wir ja mal ganz besonders herausstellen. Das völlige Anhängsel von Angela Merkel, Herr Braun, das ist der Herr auf der linken Seite mit dem knapp sitzenden Anzug. Herr Braun ist jetzt das Anhängsel von Herrn Merz. Das sagt alles über unsere Politik aus. Wir wünschen dem Herrn Merz viel Glück, aber wer so umgeben ist von so vielen netten Menschen und so vielen treuen Freunden, der kann eigentlich nur erfolgreich sein. Ach ja, und da wir schon beim Lästern sind, Herr Braun, wir empfehlen Ihnen doch mal, bei Herrn Rainer Kallmund nachzufragen nach seinem Diätplan. Der sah ja auch mal so aus wie Sie und jetzt ist er etwas nicht mehr ganz so fällig. Vielleicht sollten Sie Interesse haben, dann fragen Sie ihn doch mal, wie er das geschafft hat. Nun zu der zweiten wichtigen existenziellen Frage für heute Abend. Nein, nicht die Frage, ob Herr Lauterbach recht hat, dass die fünfte Welle kommt, sondern wir fragen uns, wo ist die vierte Welle geblieben? Vor drei Tagen war noch ganz groß die Rede von der vierten Welle und niemand hat Entwarnung gegeben. Darum fragen wir uns, Herr Lauterbach, wo ist die vierte Welle oder ist das eine Kombinationswelle jetzt mit der fünften Welle? Wir haben da überhaupt gar keinen Durchblick mehr. Wir würden uns gerne vorbereiten. Wir würden gerne, so wie Sie, ja uns auf alles Mögliche vorbereiten und uns präparieren, so wie Sie es hier mit Ihren Kabinettsmitgliedern getan haben. Aber wie gesagt, wir haben etwas den Überblick verloren, aber eins ist versprochen, Herr Lauterbach, wenn die sechste Welle kommt, dann sind wir dabei, dann folgen wir Ihnen, dann werden wir alles machen, was Sie sagen, damit wir das gemeinsam gut überstehen. Leute, in diesem Sinne, ja, Wellenreiten macht Spaß, wer es nicht kann, ich kann es auch nicht. Ich gehe dann lieber ein bisschen schwimmen irgendwo, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen geht es nur darum, dass wir in unserer Mitte bleiben, dass wir gelassen bleiben, dass wir uns von nichts und niemandem Angst machen lassen. Ihr wisst, Panik muss nur der haben, der sich Panik machen lässt. Wir gehören nicht unbedingt dazu. Leute, in diesem Sinne, habt einen schönen Abend, eine gute Vorbereitung aufs Wochenende. Macht es euch gemütlich. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Tschüss.